Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. In diesem Video analysieren wir die Dark Ones, eine gegnerische Fraktion aus dem Anime Bleach und ich hoffe, euch wird die Analyse gefallen. Bevor es mit der Analyse losgeht, gebe ich noch ein paar kleine Hintergrundinformationen preis. Der Anführer der Gruppe ist Ganryo, der meines Wissens nach entweder eine Seele oder eventuell sogar ein Shinigami war, aber da bin ich mir noch im Unklaren. Jedenfalls gehörte seine Familie zu den noblen Familien in der Soul Society, aber sind durch grausame Verbrechen in Ungnade gefallen und schon seit 1000 Jahren dafür im Teil der Schreie verwandt, wo sie sich eine Gruppe von Seelen namens Blanks unter Teil gemacht haben. Ihr Ziel ist die Zerstörung der Soul Society. Letzten Endes wurden sie jedoch von den Shinigami und von Ichiko Kurusaki auswendig gemacht und besiegt. Der erste Kritikpunkt ist die Struktur der Organisation, wo es der Gruppe aber nur einen von fünf Punkten geben kann, da wenn überhaupt nur eine sehr einfach gehaltene Struktur besteht. Der Anführer der Gruppe ist Ganryo und wenn man so will auch der einzige, der einen höheren Rang hat oder eine höhere Befehlsgewalt. Die nächst höheren sind die Dark Ones an Seelen. Sie sind entweder normale Soldaten oder normale Untergebene oder Unteroffiziere. Anschließend kommen die Balans, wenn man die überhaupt jetzt dazu zählen darf, die dann die Dark Ones als Soldaten ablösen. Aber da sie keine Shinigami oder menschlich aussehenden Seelen sind, sondern eher so weiße Geister, wenn man das so sagen darf, werden sie nicht hinzuzählen. Daher nur ein Punkt, da es einfach kaum Struktur gibt oder wenn überhaupt eine sehr sehr einfache, was aber leider Gottes auch Dampf zusammenhängt, dass die Gruppe an sich nicht gerade groß ist. Als nächsten Punkt haben wir die Fähigkeiten der Dark Ones. Dort muss ich ihnen leider auch nur einen Punkt geben, weil sie an sich sehr unterentwickelte Fähigkeiten haben. Wenn überhaupt. Denn bis auf Ganryo haben sie an sich keine Fähigkeiten, die jetzt großartig mit Shinigami oder Aranka Fähigkeiten mithalten könnten. oder Bound-Fähigkeiten, sie haben keine Hochgeschwindigkeitstechnik. Soweit ich weiß, können sie gar ein Kido benutzen. Sie haben letzten Endes nur ihre Waffen und die Kraft ihrer anscheinend limitierten Körper. Besser gesagt, die limitierte Kraft, die sie durch ihre Körper überhaupt aufbringen können. Mit anderen Worten, sie haben einfach keine besonderen herausstechenden Fähigkeiten, die ihnen das Leben einfacher macht. Zumindest Ganryo hat eventuell ein paar. Aber an sich so gesehen könnten sie von jedem übertöpelt werden. Man kann sich das praktisch so vorstellen. Die Dark Ones sind an sich auf dem Niveau eines Menschen okay deutlich drüber, aber bei weitem unter dem Niveau eines Bound oder eines Aranka oder eines Hollow. Weil man merkt halt einfach, dass sie im Vergleich zu anderen später auftretenden Fraktionen extremst limitiert sind. Sie können zwar mit ihren Waffen umgehen, aber man merkt halt einfach, dass sie ihre Kraft nicht steigern können. Man merkt halt einfach, dass sie sich durch Techniken extrem schnell bewegen können. Sie können gerade noch so fliegen, soweit ich weiß. Oder zumindest, ja doch, das können sie glaube ich noch. Ja, schweben können sie noch. Aber trotzdem, im Vergleich zu anderen Fraktionen, die es im Blitz gibt, sind die einfach total unterentwickelt, was Fähigkeiten angeht. Deswegen nur ein Punkt. Als nächsten Punkt haben wir die Kampfkraft. Auch dort gibt es leider nur läppische zwei Punkte von fünf. Aber immerhin noch besser als bei den vorigen Kritikpunkten. Jedenfalls, wie so eine Kampfkraft von zwei Punkten. Naja, das liegt bei allem daran, sie sind, sie haben kaum Struktur. Sie sind limitiert. Aber man muss bedenken, dass sich zum Beispiel Benin mit Säufern angelegt hat. Und sie sogar eine kleine Zeit lang noch in Schach halten konnte. Man merkt einfach, dass sie nicht gerade unfähig sind. Und man muss bedenken, dass sie sich auch mit, eben, Legendas auch mit Captain, ähm, klassisch Negami angelegt haben. Pachi, äh, Saragi war auch dabei. Und deswegen merkt man halt, sie sind vielleicht in den Fähigkeiten unterentwickelt. Aber das, was sie können, das können sie auch gerade noch gut genug einsetzen. Damit sie zumindest nicht sofort sterben, sobald mein Captain, klassisch Negami, auf den Plan tritt. Deswegen zwei Punkte der Ehre wegen. Und ich muss sagen, haben, das haben sie sich eigentlich auch teilweise verdient. Als letzten Punkt haben wir die Größe der Fraktion, wo sie auch leider nur einen Punkt von fünf erreicht haben, weil, wenn man nur zu sechst ist, was willst du da groß machen? Das sind keine zwei Punkte wert. Wenn man bedenkt, dass die Aranke wahrscheinlich zu 100 drum rennen und die Shinigami auch und die Quincy auch. Da kann man nicht wirklich sagen, dass die mehr als einen Punkt verdient hätten. Und ja, damit wäre eigentlich auch alles für die Größe der Fraktion gesagt. Weil, wie schon gesagt, die Blanks, die rechne ich nicht hinzu. Wenn ich sie hinzu rechnen würde, dann wären das sicherlich schon zwei Punkte wert. Aber da es nicht tue, gibt es leider nur einen Punkt. Und damit kommen wir auf ein Ergebnis von fünf von zwanzig Punkten. Aber man muss dazu auch sagen, dass die Dark Ones sehr, sehr früh im Anime oder halt in der Bleach-Geschichte aufgetaucht sind. Und da ist es auch verständlich, dass die jetzt leider Gottes halt nicht so viel auf dem Kasten haben. Haben wir dazu im Fazit dann mehr. Und nun, wie angekündigt, das Fazit. Also, was kann ich zu den Dark Ones sagen? Also, eins ist eventuell sternenklar. Die Dark Ones sind die schwächste Gruppe überhaupt. Sie sind schwächer als Hollows, wahrscheinlich sogar schwächer als die normalen Hollows. Und sie haben halt einfach nichts, das sie großartig auszeichnet. Okay, sie können die Blanks beherrschen. Sie können oder sie haben interessante Waffen und Fähigkeiten. Aber wenn man sie mal mit Seros vergleicht oder Kido, dann sehen die halt einfach alt aus. Und ich weiß ja nicht mal, oder ich weiß zumindest nicht, ob das jetzt Shinigami oder normale Seelen sind. Und ich tendiere aber eher zu Seelen, weil wenn die Shinigami wären, könnten die auf jeden Fall mehr und wäre eine größere Bedrohung. Daher kann man sagen, sie sind halt einfach schwach. Das ist auch verständlich, weil die Dark Ones gehörten, glaube ich, zu den ersten richtigen Gegnern, auf die Ichiko traf. Und deswegen folgte ich auch sehr, sehr früh auf sie traf. Und daher können die auch noch gar nicht so stark sein, weil, stellt euch auch vor, die Dark Ones, die wären jetzt so stark wie die Top 3 Spada. Da wäre die Geschichte von Beach ja extrem schnell vorbei. Ähm, und ja, also ich selber muss sagen, die Dark Ones sind berechtigterweise wahrscheinlich die schwächste Gruppe in ganz Bleach. Was mich jetzt aber auch nicht großartig verwundert, vor allem weil die schon so extrem früh da waren. Aber dennoch muss ich sagen, sie sind respektabel und sie können durchaus mit normalen Shinigami mithalten. Also ich rede jetzt nicht von Lieutenant oder dritter Offizier, sondern ich rede jetzt wirklich von so der normalen Standard Shinigami in der Kompanie. So diese 0815 Shinigami, die man sowieso für nichts gebrauchen kann. So wie auch bei den Hollows. Klar, ich habe es gesagt, die Hollows, die können jetzt da schon stärker sein als die Dark Ones. Da kommt es natürlich jetzt auch darauf an, welchen Hollow man meint. Ich finde, normale Hollows und Huge Hollows. Ich finde, die sind jetzt nicht stärker. Bei Menos Grande, da kann man sich da nochmal drüber streiten. Aber ich glaube, Adjuchas oder wie die heißen, also die Form von Warm Vastolor, die sind auf jeden Fall stärker wie die Dark Ones. Und ja, ich finde sie aber dennoch in einer gewissen Weise akzeptabel. Und zwar, ich habe ja letztens auch erzählt, dass eigentlich jede Gruppe in Bleach ihre Reize hat. Und so haben sie auch die Dark Ones. Sie sind, sie spalten sich auch von den anderen durch ihre Aktionen oder nicht durch Aktionen, aber auch durch ihr Verhalten und durch ihre Gruppe an sich halt auch ein bisschen ab. Also hervorstechend tun sie wie jede Partei in Bleach, aber naja, dennoch, das war es eigentlich mit dem Fazit in dem Video. Wie gesagt, 25 Punkten, die wahrscheinlich schwächste Gruppe in Bleach, aber dennoch in anderen Hinsichten noch ganz akzeptabel. Ich bedanke mich für das Zugucken und man sieht sich beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. ARD Text im Auftrag von Funk